Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Minecraft Crash Landing. So Leute, wir wollten einen Generator bauen. So hier brauchen wir ein Eisen, war das nicht? So, wir haben die drei Würmer, können wir ja mal ein bisschen was essen hier. Wir müssen auch nach draußen das Ding aufsetzen. Wir müssen nach draußen und gucken, ob wir Sachen einsammeln können. Schon wieder spinnen, spinnen. Ich sehe immer nur spinnen, diese Kackviecher hier. Und wieder eine... Nicht schon wieder. Ich habe doch jetzt gar nicht so viel Munition dabei. Ja, da ist es nämlich schon. Ach, scheiße. Mein Metal habe ich jetzt nicht ausgerüstet. Und... Ah, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hier sind Knochen. Was sind Knochen? Ey, du Kack... Arschloch, Spinne. Au, ab. Du, aua. Mist, Viech. Dreck. Aua. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben. Geht hoch, geht hoch. Alter, Alter. Überall. Ich hasse es hier. Ich hasse diesen Planeten. Ich hasse diesen Planeten so sehr. Komm, hör, du Kackspinne. Die mache ich auch noch weg. Aua. Oh. Puh. Oh. Upsi. Da habe ich was vergessen. Oh. Okay. Okay. Ganz ruhig, Leute. Alles gut. Wir machen hier erstmal dicht. Wir machen... Wir machen da komplett dicht, würde ich sagen, weil... Ah. Das fängt schon wieder alles Feuer. Das ist doch... Nicht einig... Aua. Au, 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 au. Au, au, au. Nein, nein. 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 Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Puh. Okay, ich hau hier erstmal ab. Nein. 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 Dann würde ich sagen, das war's für diese Staffel. Ähm. Wenn's euch gefallnert, lasst gerne einen Kommentar da, ähm. Ich werd mich nochmal dran setzen und versuchen, es besser zu machen. Hier explodiert einfach alles weiter. Die Late World, oh man. Okay. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.